Was ist der PMA? PMA zertifiziert ja Projektmanager und Projektmanagerinnen seit jetzt ungefähr 15 Jahren. Zu Beginn mit sehr kleinen Zahlen, das waren mal 10 im Jahr und dann waren es 30 im Jahr und dann waren es sogar schon mal 150 im Jahr und wir haben uns gesteigert und haben heuer im Februar die große Freude gehabt, unseren 10.000. zertifizierten Projektmanager zu begrüßen kann man nicht sagen, weil damals wusste er es ja noch nicht, dass es ist. Er hat auch nicht sehr viel dazu beigetragen, dass er der 10.000. geworden ist. Das Einzige und das ist das Wesentliche, er hat die Level-C-Zertifizierung geschafft und war halt unser 10.000. Und wir haben uns gedacht, dass wir uns selbst und ihn in diesem Rahmen mit Ihnen allen dabei kurz ehren wollen. Das heißt, ich würde gerne Herrn Gerhard Kiener von der Vösteralpine Krems Finaltechnik kurz zu mir bitten. Und ein Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt zusätzlich zu dem echten Zertifikat jetzt noch eines mit dem 10.000. zum Aufstehen und ich weiß nicht, was für Sie wichtiger ist, zum Feiern noch eine große Portel von Bründlmeier. Mein Name ist Gerhard Kiener. Es freut mich, dass ich der 10.000. zertifizierte Projektleiter für die PMA Austria bin und gleichzeitig der Erste für die Vösteralpine Krems Finaltechnik. Und ich will das, was ich sage Ihnen noch ăn, wenn ich diese PMA bin. Also bis zur 100.000. Und ich will das auch wissen alleine. Bis zum Feiern noch mal ganz. Ahh, wie geht es! Jetzt geht es dir, wir schauen uns jetzt. Jetzt geht es dir das auch bei Skit tunnels hochwertigen was, wasber' was ich nicht gut, wenn du noch мед200m. st ini der 버 Haha von der 24 Uhr auf Jahre auf Gentleman nachdem das Bild raus. Ich schemliche Bein.